Was geht ab Leute, in meinem letzten Video habe ich den freien Fall behandelt und jetzt ist der senkrechte Wurf dran. Und wie machen wir immer, eine Skizze zuerst, die Bewegungsgleichung aufstellen, Anfangsbedingungen einfügen und dann die Aufgabe lösen. Also erst einmal machen wir eine Skizze, wir bestimmen den Nullpunkt und die Richtung. Der Nullpunkt ist unten auf dem Boden bei Z gleich 0 und die positive Laufrichtung ist von unten nach oben. G zeigt nach unten mit G gleich 9,81 Meter die Sekunde Quadrat. Und die Bewegungsgleichung haben wir aus der Formelsammlung, wie aus den letzten zwei Videos, A von T, V von T und S von T. Diese drei Gleichungen sollte man auswendig lernen, denn die braucht man immer, gerade bei dem senkrechten Wurf und bei dem freien Fall und alle Bewegungsgleichungen. So, dann haben wir noch A0, die Konstante A0 ist gleich hier, minus G. Minus G, weil G zeigt in die andere Richtung, also in die entgegensetzte Laufrichtung. Wenn wir das haben, setzen wir G, minus G hier ein und bekommen dann A von T gleich minus G, V von T gleich minus G, T plus V0 und S von T gleich minus 1 halb G, T Quadrat plus V0 mal T plus S0. Jetzt haben wir noch die Anfangsbedingungen, was passiert da bei T gleich 0? Dann haben wir bei T gleich 0, haben wir eine Anfangsgeschwindigkeit von V0, bleibt zu. Und bei T gleich 0 haben wir dann eine Anfangshöhe S0 gleich 0, also keine Anfangshöhe, S0 fällt raus und wir bekommen S von T gleich minus 1 halb G, T Quadrat plus V0 mal T. So, das Ganze haben wir auf die linke Seite getan, jetzt geht es auf die rechten Seite, jetzt haben wir hier eine Aufgabe, ein Stein wird nach oben geworfen und mit einer Anfangsgeschwindigkeit V0, wie hoch fliegt der Stein? Die maximale Wurfhöhe, also ist bei Zmax und Zmax, die Zeit bis zum Erreichen von Zmax nennen wir Tmax, die brauchen wir. Und noch eine Angabe haben wir bei dem senkrechten Wurf, bei VTmax haben wir 0, also keine Geschwindigkeit, der Stein bleibt ganz kurz stehen oben und fällt dann wieder runter. Also ganz kurz heißt wirklich, Moment, Bruchteil einer Millisekunde. So, setzen wir jetzt hier ein in V von T und bekommen anschließend, wenn wir nach Tmax auflösen, die Zeit, Tmax gleich V0 durch G. Okay, sagen wir erstmal, jetzt brauchen wir noch S von T, also wie hoch das wirklich ist, setzen wir Tmax gleich V0 von G in S von T ein und wenn wir das nach Zmax auflösen, bekommen wir Zmax gleich V0 Quadrat durch 2G. Die Frage nach der gesamten Wurfzeit, die Wurfzeit ist also von V0, man schmeißt den Stein nach oben, der fällt wieder runter, das ist bei ZT Gesamt gleich 0, wir nehmen das T Gesamt, die gesamte Zeit. Und wir haben hier zwei Werte für Z gleich 0, einmal am Anfang und einmal am Ende, also bei T gleich 0 und Z gleich 0 und bei T Gesamt haben wir auch Z gleich 0, aber wir suchen jetzt von T Gesamt gleich 0. Wir setzen S von T gleich 0, bekommen dann anschließend, wenn wir nach T Gesamt auflösen, T Gesamt gleich 2V0 durch G. Okay, noch eine Frage, Auftreffgeschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit am Boden, also wenn der Stein auf dem Boden aufklatscht, dann haben wir einmal T Gesamt, ist auf jeden Fall wichtig, hatten wir schon ausgerechnet und setzen T Gesamt in V von T ein. Und wenn wir jetzt, wir nennen das Ganze V von F und wenn wir das nach V von F auflösen, bekommen wir V von F gleich minus V0. Ihr seht schon, der senkrechte Wurf und der freie Pfeil sind sich ähnlich, wir brauchen dafür immer die Bewegungsgleichung, 0 Punkt und Richtung in der Skizze festlegen und dann die Anfangsbedingungen rein und dann Aufgabe lösen. Hat euch das Video gefallen? Abonniert meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.